Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so ein schönes Haus gesehen. 450 Quadratmeter ist viel zu groß. Der Unterschied zwischen zusammen wohnen und nicht zusammen wohnen ist der, dass man sich spürt, man sich sieht, man sich hört. Aber man wird engstirnig, wenn man so beengt wohnt. Wir sollten mit Menschen zusammenleben, die uns anregen. Dieses Haus sollte mit fantastischen Menschen gefüllt werden. Ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Vergiss es, eine Kommune kommt nicht in Frage. Ich finde es eine lustige Idee, mit euch zusammen zu wohnen. Hast du Geld? Habe ich den Job? Ja, könnten wir uns vorstellen. Habt ihr schon Hausregeln? Wir haben keine Regeln. Noch nicht. Wir können dazu beitragen. Wir haben eine Menge Erfahrung. Dafür? Was ist? Ich irritiere die Leute. Das ist meine Ausstrahlung. Ich verstehe es nicht. Ich stimme für Aaron. Ja, ja, ja. Eine Spülmaschine. Warum sollen Maschinen die Arbeit übernehmen? Wir sind eine Kommune. Da sollte jeder auch Platz für sein Leben haben, oder? Ich habe eine Frau kennengelernt. Ist das was Ernstes? Vermutlich, sonst würdest du es mir nicht erzählen. Ja, ich glaube schon. Ich denke, du tust, was du tun musst. Das, was sich für dich richtig anfühlt. Bringen sie mit. Wir können die Zimmer tauschen. Dann kann sie auch bei uns wohnen. Hi. Du bist wie ein französischer Liebesfilm. Ihr wart 15 Jahre zusammen. Sie geht daran zugrunde, Erik. Ich sitze ganz ruhig in meinem eigenen Haus und versuche zu arbeiten. Aber stattdessen schlage ich mich ständig mit Frauenproblemen rum. Scheiße! Ihr bestimmt nicht über mein Leben. Das hier ist mein Haus. Ja, aber du hast... Mein Haus! Du hast das Haus einer Gemeinschaft übertragen. Mama, du schaffst das. Hi, Erik. Hi, Anna. So weit ist es gekommen. Ich möchte einen Toast aussprechen zu Ehren dieses jungen Paars und als Willkommensgruß in unserem exklusiven Club. Kannten Sie die Familie, die vorher hier gelebt hat? Man, ich möchte ihn đi presents, dass es sie Companion, nicht so sein sitting, wie er es da seinwand,